Hallo liebe KeyCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KeyCat 6. Hallo liebe KeyCat-Freunde, der User Marco hatte mich angeschrieben hier auf YouTube mit der Frage, ob man auch aus Boards den EdgeCat herausziehen kann, um damit dann in KeyCat weiterzuarbeiten. Ich hatte das ja im vorhergehenden Tutorial zum KeyCat 5 andersherum gezeigt. Ich hatte mir den Sketch hier im FreeCat erstellt und diesen dann nach KeyCat exportiert. Geht aber auch andersherum, man kann also eine Platine nutzen, die man schon mal erstellt hat und die dann hier entsprechend importieren. Ich zeige das hier mal kurz. Ich öffne hier die Workbenches, gehe hier oben auf KeyCat Step-Up Workbench. Dann machen wir hier mal noch eine neue Datei auf. Wenn wir in der KeyCat Step-Up Workbench drin sind, können wir hier vorne auf dieses Symbol gehen. Das ist KSU, Load KeyCat PCB Boards. Boards and Parts, das klicken wir an. Dann werden wir gefragt, wo wir da hinwollen. Ich habe hier mal ein Projekt von mir ausgesucht. Da haben wir das PCB, das Board. Wir öffnen das Ganze. Jetzt bitte nicht erschrecken, ich mache hier unten mal die Fehlermeldung zu. Hier kommt jetzt gleich eine ganze Menge Fehlermeldungen. Das liegt aber daran, dass ich hier einen falschen Pfad für die 3D-Bau-Elemente eingegeben habe. Ihr seht, das werden jetzt hier nicht alle 3D-Bau-Elemente geladen. Es sind auch ein paar Bauelemente dabei, die ich hier noch nicht als 3D habe. Zum Thema 3D werde ich dann eh noch gleich mal ein Wort verlieren. Wir haben jetzt also hier unsere Platine und wenn ich jetzt mal hier als erstes die ganzen Bauelemente ausschalte, indem ich hier auf die Leertaste klicke, werden also hier im Modell diese Step-Up-Modells ausgeschaltet. Dann können wir noch die Platine ausschalten und wir schalten einfach den Sketch wieder ein. Dann habe ich hier meinen Platinenumriss. Den kann ich jetzt entweder hier exportieren und dann wieder importieren oder ich kann jetzt hier direkt damit weiterarbeiten. Wir haben jetzt hier im Prinzip ein ganz normales Rechteck. Wenn das natürlich etwas Komplizierteres ist, dann kann ich da auch entsprechend eine kompliziertere PCB-Edgeform importieren. Zum Thema 3D, da ging es um das, auch das ist noch eine Frage vom Algo, wegen dem Erstellen von 3D-Bau-Elementen. Das hatte ich schon im KeyCat 5 gezeigt, wie man das macht. Und es ging auch um die Bauhöhen, wegen dem Einbau ins Gehäuse etc. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin nicht so der Freund von dieser ganzen 3D-Geschichte. Einfach aus folgendem Hintergrund. Dieses 3D, das sieht zwar recht hübsch aus, auch im KeyCat, wenn man das öffnet und dann werden die ganzen Bauelemente geladen und man kann sich dann die Platine anschauen. Sieht ganz toll aus, ist ein tolles Werbeargument, ich sage mal Abteilung PR. Aber für mich als Konstrukteur ist es eigentlich gar nicht so wichtig, denn was bestimmt denn im Wesentlichen meine Gehäusehöhe oder mein Gehäuse? Das Gehäuse wird im Wesentlichen bestimmt von der Breite und Länge der Platine und auch noch, ich blende es hier nochmal ein, im Wesentlichen vom höchsten Bauelement. Wenn wir jetzt hier mal so drauf schauen, sehen wir jetzt also mein Gehäuse, was ich jetzt hier für diese Platine benötigen würde, das wird bestimmt also durch die Breite der Platine und die Länge oder Tiefe hier in dem Fall und nicht von diesen Bauelementen hier von den Chips, sondern in dem Fall vom höchsten Bauelement, das wäre dann hier dieser Elektrolytkondensator. So hoch muss mein Gehäuse sein. Alles andere hier unten drunter, was tiefer ist, interessiert mich eigentlich gar nicht. Deswegen ist es für mich mit der 3D-Ansicht zwar ganz nett, ich kann jetzt hier auch ein Gehäuse drumherum konstruieren, aber im Wesentlichen bei der Konstruktion eines Gehäuses, jetzt um am Beispiel dieser Platine hier zu bleiben, würde mich jetzt hier nur das höchste Bauelement interessieren und das ist eben in dem Fall hier der Kondensator. Ich muss natürlich bedenken, dass ich auch hier eventuell auch alle Bauelemente einblende, die jetzt hier noch benötigt werden. Die könnten unter Umständen höher sein, aber hier das als Beispiel nur. Und mein Gehäuse müsste jetzt hier oberhalb dieses Kondensators verlaufen. Alles andere in der Höhe interessiert mich da in dem Fall relativ wenig. Das dazu. Ich hoffe, damit soweit erst mal alle Fragen beantwortet zu haben und wünsche euch noch viel Spaß mit Kikett. Ciao, ciao.